Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt steht sie da rum und sucht und huschelt wieder im Auto rum und ich stehnte und warte. Es ist immer dasselbe. Wir waren schon fast in die Wald. Ja, fast waren wir schon in die Wald. Und dann ist ihr hingefallt, boah, sie hat den Schirm vergessen, weil es sieht nur Regen aus. Also gut, sind wir schnell wieder retourgelaufen an die Auto. Und dann sind wir schon wieder retour und da ist ihr hingefallt, Mann, die hat ja meine Leine vergessen, das liegt ja auch noch im Auto. Mir liegt meine Leine im Auto. Das ist Quatsch, verstehe ich? Weil ich hatte überhaupt keine Leine an. Nee, ich habe eine Halsband an, aber keine Leine. Ich laufe jetzt zu 99,99% ohne Leine durch die Gegend, ja. Also das hätte ich ruhig keine Leine lassen. Das wäre überhaupt niemandem aufgefallen. Jetzt mach und hol das Ding, dass wir endlich fortkommen. Sonst fängt es an zu reden und dann können wir gerade wieder retourlaufen. Oh Mann, Frau Lienzi, du bist halt aber schon wieder kompliziert. Na, hoffentlich wird das nette Ganze da so gehen. Na, das wäre vielleicht eine dumme Geschichte. Also Freunde, ich wünsche euch ein schöner Tag. Hoffentlich rennt es bei euch nicht. Na, jo, und tschüss, euer genervter Merlin.